Kontakt Auf Bravo Amagis können die Flak nutzen und die müssen nur verteidigen Nordlinie auf Bravo, ja Auf Bravo, 6er 2 BBs auf Bravo Auf Dora Retreatensee Plastiere spielen Naja klar, ich ich tue zählschieten Wenn das deren Main ist Wetter kommt Süd Wetter kommt Süd Wetter kommt Süd allein heute Ja, aber mit Monti bin ich zu hell Du siehst gar nicht 2 BBs, 2 BB 6er Süd, Sonne 1 Achtung, Jolly kommt in der Mitte Ja, denn wahrscheinlich alleine sind los Mh, kann Schröder bleibt hinten, wir haben doch Zeit Moment Nicht die Mitte aufmachen Dreh ja schon Frank wird sich ja unten Ne Hier Jupp So wie sieht's aus auf Bravo? Ähm, wir haben bei mir Also wir sind in Überzahl Einer bitte Wir sind in Überzahl, also die könnten wir raushauen Also lasst es schön kommen Wie sieht's aus bei den anderen Räumen? Dora? Ähm Der BB ist retreated Der zweite auch Jetzt bin ich alleine mit Junkie Mit deren Hafen-CV Er scoutet mich Ich hab noch volle Luft und vollen Overheat Gut Schön die Zeit noch reißen lassen Und bleib bitte auf der D-Linie Nicht Frankfurt Wir haben alle Zeit der Welt Mh, ich bin natürlich jetzt hier mitgefahren Also auf E hast du jetzt keinen mehr Hat einer die Räume im Blick? Ja, hab ich Super Ist irgendein Raum offen? Nein Entschuldigung, die laufen alle Hm, Twister Warum hast du keine Hitchies? Was soll'n das? Sie sind retreated? Sorry, ich hab Zu viel drüber nachgedacht Sind die drei letzten von denen? Ähm, die Midway Nils, können sie mal ab und zu mal abtauchen Ach, dass sie mal ein Subbomb Ich wollte sagen, Sub sind Süden beziehungsweise mittig Eins ist bei Gollum in der Mitte Haben wir Subabwehr? Roberto? Hier Hier Licht mittel Zora, 3, please Schell gehalten Seltzer, 3 Vorsicht, in der Mitte kommt einer rein Ich hab die gehalten, sie sind alle raus Sag bei mir am Norden Weg da, Twister, weg da Geh ja nicht hoch, da kommt der U-Boot Ja, ich bin zwischen den beiden Neues Glück Neues Glück Bleiben trotzdem hier auf D A Keiner fährt vor A und B laufen, C, D und E ist momentan kein Raum Moin, Micha Moin, Micha Ok, danke C ist aufgehalten No, Moin Sag mir mal, wenn die reinkommen, ok? Nein Und Sub und da Sub und Sub ist oben aufgetaucht Umdrehen, brauche ich die dummes Arme Und Sub Und das Schiff hab ich seit ein Jahr nicht gespielt Und das Schiff hab ich seit ein Jahr nicht gespielt Was, wie hast du mit dir? Da war grad eins, das hat aber aufgetaucht Thomas weggeschossen Jo Alles klar, tach rauf Hol Luft und dann fahr rüber auf die 1er Linie 1er Linie Äh, Basti, da brauchst du denn? So ein bisschen Cover Ich fahr mit dem Jobsen Es dauert mich langsam Ja, ist doch gut Wir haben Zeit Pass auf, die hatte E3 Saps 1 mit dem Süden unterwegs sein 1 ist hinter den Linien 1 ist hinter dem Linien im Süden Muss nur ein SS2 Das ist nur ein SS3 Das ist nur ein SS3 Das ist ein Barracuda Das ist ein SS3 Kommt's gerade hin Achso, das Ziel müssen sie nochmal üben Go, ja, in Ordnung kommt der Scout drin Jo Von 20 Grad Flagge ist eingestellt Wir ziehen sich zurück Auf Alpha Auf Bravo fahren sie noch ein bisschen spazieren Die wollen noch weg machen Aber das war doch nie im Leben Hey Was denkst du, wie viele Genau Die sind morgens um 8 aufstehen Thomas drehen mit euch rein Thomas drehen mit euch rein Der wird nichts sehen Ich stehe doch Dann wird die Bähne mit 5 Leuten Hinten mein Arsch Hinten mein Arsch Weser, lass den doch nicht Weser stehen schon wieder auf Settings Was bringt euch das denn, wie geht es zu killen? Wir haben Zeit Wir haben Zeit Wir haben stark gegriffen Einfach downschießen auf 1000 live und stehen lassen Ne, nichtmals Solange die ihre Linie fahren ist doch alles gut Dopa steht auch wieder auf Settings Jetzt wird er den TV auch waschen Da ist nichts anderes Verstanden EDE-Setting Der wird schon so gleich rauskirschen Auf Alpha steht nur noch das SS3 Was wegfährt Also ich würd mal sagen Bravo hier mein Team Da können schon die Hälfte der Leute wieder raus Für einen anderen Raum eingesetzt werden Hier ist nur noch ein BB-6 drin Cesar, Dora, Emil ist offen Aber noch nicht besetzen Changer Mark Raus Ähm Schwarzer Toh raus Brains raus Klatschi bleibt Ja Roberto? Ja, Sir You come with me We kill the SS Abonniert www.nz.org Presse www.send.org www.send.org